Always do there are. No more, no less. A master and an apprentice. A master and a master and a master. Hello, Hukash. Hello, Darth Bane. Hukash is a local player from Dortmund. He is my partner and partner. Willst du mir vorstellen? I play X-Wing since almost a good year. Und zu meinem Glück durfte ich damals den guten Darth Bane kennenlernen an unserem Stammtisch. War das nicht auf der Batman Convention, Robin? Nein, das war der Stammtisch, das stimmt. Und seitdem, wie das der Zufall so will, haben wir uns eigentlich soweit immer wöchentlich getroffen. Und daraus ist auch das Projekt entstanden, wo wir uns gedacht haben, okay, wir wollen einfach nicht nur Listen spielen, die jeder spielt, beziehungsweise die, sag ich jetzt mal, turnierfähig sind, sondern einfach auch darüber hinaus Listen spielen, die uns Spaß machen, die besonders sind. Und einfach mal gucken, wie man diese Listen fliegen kann und wie dann auch die Taktik oder Strategie hinter diesen Listen ist. Und wir wollen tolle, deutschsprachige, qualitativ hochwertige X-Wing Battle Reports machen. Und in dem Sinne trinken wir auf diese Brummels an. Zum Wohl. Zum Wohl. Dann berichten wir auch live aus dem Anuat-System. Während wir die Asteroiden aufstellen, wollen wir auch hier kurz unsere Listen vorstellen. Ich fliege die alte Mann-Liste. Die Liste besteht aus vier B-Wings mit dem Accuracy-Corrector. Die Liste ist mir zugeflogen aus dem Nova Squadron Podcast, wo die dort der Sean Dorsey vorgestellt hat, beziehungsweise geflogen hat. Die Liste ist entstanden eigentlich aus der typischen vier Bs plus Z-Liste. Ich fand die Liste eigentlich ganz sympathisch, weil beim B-Wing muss man wenig würfeln bei der Verteidigung. Und mit dem Accuracy-Corrector muss man dann entsprechend wenig auf die Würfel setzen, wenn man angreift. Das ist doch mal eine schöne Einleitung. Eine Methuselix-Liste. Ich fliege eine wilde Skam-Mischung. Und zwar sehen wir rechts, baue ich gerade einen Block aus vier Z-95 raus. Das sind drei Piloten der Schwarzen Sonne und einmal Kato mit Meisterschütze und Anglos-Rakete. Habe ich genommen, weil ich jetzt ein bisschen wieder mehr Masse erwartet habe. Unter anderem die Rebel-Control-Builds. Und fliege noch den Scissor dazu. Das ist eine der Listen, die ich auch in einer unserer Episoden des Podcasts vorgestellt habe. Scissor mit Veteraneninstinkten, verbesserten Sensoren, Autofrusters, den Virago-Titel und den Trägheitsdämpfern. Normalerweise würde ich sagen, kann man Scissor übrigens, sollte man ihn auch mit dem Schwarm zusammenfliegen lassen oder Miniswarm. Aber bei deiner Liste habe ich mir gedacht, will ich doch ein kleines Flank-Element dabei haben. Wo du natürlich ein sehr starkes Theost-Element hast und habe Scissor deswegen, wie man da oben rechts sieht, in die Flanke aufgestellt. Gut. Also ich fange, ich muss ja zuerst aufstellen. Und habe dann unten rechts in der Ecke angefangen. Und taste mich jetzt erstmal mit einem ganz leichten Schritt nach vorne erstmal vor, um zu schauen, wie fliegst du eigentlich mit deinem Schwarm. Genau. Und dasselbe dachte ich mir, ich will auch nicht einschwenken, weil Scissor muss mich auf jeden Fall unterstützen. Weil ich muss es schaffen, mein Ziel ist es, einen möglichst starken Alpha-Strike zu setzen, indem ich es schaffe, möglichst einen Beaving unter Umständen schon wegzuschießen. Was mit fünf Schiffen, die vor ihm schießen, vielleicht machbar ist. Aber mal schauen. Deswegen erstmal so ein kleines Abwart-Manöver. Mal schauen, was du machst. Ja, auch schön zu sehen, wie man Aquan-Sensors boostet. Genau. Also da sieht man ja halt auch, wie du den Flanke jetzt einsetzt. Mhm. Ja, für mich war jetzt an der Stelle zu überlegen, okay, was ist denn jetzt mein Primärziel? Ich wusste halt, sag ich jetzt mal, in der Ecke unten rechts habe ich natürlich Probleme, relativ schnell zu Scissor zu kommen. Also ging es halt erstmal langsam wieder vorwärts, weil mein Ziel war an der Stelle jetzt erstmal, dass wir schauen, okay, wo fliegt jetzt der Schwarm hin, weil das für mich, sag ich jetzt mal, zu dem Zeitpunkt das Primärziel ist. Ja. Und ich muss gucken, wann schwenke ich ein, weil ich will in Formation bleiben und dieser Asteroid stört mich. Erstmal sehe ich da, wie du da ein kleines Ballett tanzt mit den Bs. Genau. Ich habe da ja relativ viel Glück, weil auf der Seite sind eigentlich relativ wenig Asteroid. Ja. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mit den Barrel Rolls relativ weit nach rechts zu kommen, um halt einfach, sag ich jetzt mal, wenn du mit deinem Schwarm irgendwann mal zur Mitte hin einschwenkst, dass ich in einer guten Position bin, mit einer sanften Kehre, dann halt dich in einem Schusswinkel zu bekommen. Wir wissen, dass du tanzen kannst, das musst du gar nicht erklären. Das ist doch bekannt, das ist doch der schnellste Tänzer hier. Der schnellste Tänzer mit dem schönsten Kleidchen. Ja. Das wollte ich jetzt der Nachwelt nicht sagen, aber wenn das der Fall ist, zum Wohl. Ja, du rollst mal fertig da. Genau. So, und ich fliege jetzt, wie gesagt, muss den Asti da vorbeikommen. Ich fliege trotzdem langsam, weil ich habe alle zwei der Welt. Siso ist noch nicht in Position, deswegen das Wichtigste bei X-Wing auch immer mit, wann fängt man den Kampf mit dem Feind an. Und wenn der Gegner mit all seinen Schiffen angreifen kann und man selber nicht mit all seinen Schiffen angreifen kann, ist das immer ein Nachteil, wenn man einfach weniger Punkte dann hat, die gegeneinander kämpfen. Ja, und für mich hatte ich zuerst die Hoffnung, dass du jetzt schon einschwenkst da an der Stelle. So, dass ich dann halt weiß, okay, in der nächsten Runde oder zumindest in der darauffolgenden Runde kann ich mich mit dem B-Wing Schwarm so positionieren, dass ich dich mit allen vier Ligern im Feuerwinkel habe. Genau. Hier gehst du jetzt zwei nach vorne? Richtig, weil ich ja jetzt weiß, okay, du schwenkst jetzt, du müsstest jetzt einschwenken. So, jetzt natürlich auch wieder die Barrel-Roll, einfach um zu sagen, okay, ich habe meinen Feuerwinkel, weil wenn du jetzt einschwenkst, so weit fliegst du ja doch nicht in die Mitte rein. Mhm. Also streue ich da an der Stelle. Mhm. Und du willst natürlich auch dem Asteroiden auf der anderen Seite, der stellt ja deine Formation etwas. Die ist natürlich auch eine sehr enge Formation, ne? Das ist richtig. Genau. Dann tanzt da wieder der Bube. Zwei nach vorne. Das ist übrigens die FFG-Matte auf der wir spielen. Hast du damit auch bisher ganz gute Erfahrungen gemacht, ne? Ne, ich habe, genau, wir haben ja zuerst immer auf so einer normalen, ich weiß nicht was, PVC oder was Mathe gespielt. Mhm. Und als die FFG-Matten rausgekommen sind, haben wir die ja auch am Stammtisch gesehen. Mhm. Und einfach von der Haptik her, fand ich die einfach toll. An dieser Stelle eine kurze Werbeeinwilligung. Kommt zum Stammtisch Bochum. Da habt ihr ganz viel Spaß. So, ihr werdet eingedreht. Genau. Die Formation bleibt. Der gute Kato ist übrigens hinten. Ich habe übrigens hier mich für, also es sind Kampfpiloten der schwarzen Sonne vielleicht nochmal zum sagen. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Es ist sehr wichtig, finde ich. PS3-Smart haben wir da sehr interessant und nützlich, weil man vor vielen Zweiern schießt. Wie so ein B-Wing Swarm eben. Das ist schon ein gewisser Vorteil. Hier checke ich natürlich den Target Lock mit Kato. Nicht der Fall. Also der Alibi-Fokus. Und auch der gute Excisor bringt sich für seinen Flankenangriff in Stellung. Man sollte die Star-Vibe-Part tatsächlich nicht unterschätzen. Die kann auch als Flanker gut gespielt werden. Weil Excisor natürlich eigentlich ein Schwarmschiff ist. Aber wie gesagt, in diesem Matchup hat es sich einfach angeboten. Und unweigerlich bewegen wir uns jetzt auf die erste Schussrunde zu, oder? Ja. So. Einmal noch kontrolliert. So, jetzt will ich natürlich nicht so weit nach vorne fliegen, weil ich ja auch weiß. In der nächsten Runde, also jetzt in dieser Runde Shepards. Und ich weiß halt, dass du jetzt mit deinen Angriffssaketen schießt. Also kriege ich definitiv was ab. Ja, aber du hättest deine Formation ja theoretisch noch aufbrechen können mit Fassrollen. Das hast du jetzt nicht gemacht. Das stimmt. Wobei, an der Stelle zumindest die B-Wings, die relativ außen sind, da hätte ich dich nicht mehr im Feuerwinkel gehabt. Da hätte ich eventuell, sag ich jetzt mal, auch ein anderes Manöver fliegen müssen an der Stelle. Und du hast gedacht, du hast eh genug Hit-Points, der eine Hit-Point. Genau, richtig. Du kehrst. Und dann ging es halt auch darum, dass ich jetzt in der Runde gesagt habe, okay, kriege ich halt ein bisschen Schaden ab, der sich dann natürlich auch verteilt, aber ich will definitiv ein Schiff von dir in der Runde runternehmen, runterschießen. Wobei es für mich jetzt noch wichtiger ist, wie gesagt, ich brauche hier einen guten Alpha-Strike, weil das Game der Durability, also der Ausdauer, verliere ich natürlich gegen 4-B-Wings. Hier wird eingeschwenkt mit leichten Einsern. Die Jungs fokussieren natürlich. Und da kommt Kato. Das passt übrigens alles perfekt. Und Kato macht natürlich jetzt eine Zielerfassung für seine Rakete. Den linken B-Wing. Warum der linke? Ganz einfach, weil ich jetzt einen Flankenmunde mache. Advanced Sensors Boost. Und hier sehr schön um den Trümmerwolke komme und in einer sehr schönen Position stehe. Dann willst du los mit deinem Beschuss, würde ich sagen, oder? Wie fühlst du dich da gerade? Ja, ich bin relativ ein bisschen in der Zange. Aber gut. Gerade halt, sag ich jetzt mal, der B-Wing, der links außen steht, da weiß ich, ja, der kriegt jetzt ein paar Schüsse ab. Ja, hier übrigens noch die Fähigkeit von Kato. Der gibt seinen Fokus aus, schießt die Rakete via Fokus ab. Und schießt natürlich auf das Ziel. Ich gucke nochmal, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin. Sind alle in Eins, aber doch. Und da geht die Rakete ab. Es sind aktuell nur zwei Treffer. Ich überlege, ob ich das Target Lock ausgebe oder nicht. Und schalte mich dann einfach um. Zack. Ja. Und da gehen die ersten drei Schilder drauf. Genau. Und jeder B-Wing... ...kriegt einen ab. Genau. Quasi fünf oder sechs Schadenspunkte insgesamt auf deine Flotte verteilt. Genau. Jetzt geht das lustige Schießen weiter. Jetzt schießen noch drei Zs. Der B-Wing auf den geschossen wird, hat wie gesagt jetzt zu dem Zeitpunkt noch zwei Schilde und drei Hitpoints. Den würde ich auf jeden Fall runterkriegen, ne? Ja. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der eine Z in Reichweite drei ist. Ist er aber leider nicht. Daher nur ein Würfel. Da gehen nochmal zwei Schilde. Ein Blank. Mhm. So, zwei Zs schießen noch. Da geht die erste Hülle auf den B-Wing nieder. Und der letzte trifft natürlich nicht. Glück gehabt. Jetzt steht er noch. Jetzt steht er noch und kann sogar noch schießen. Ja. Leider hat der Baron, beziehungsweise der Baron nicht, der Prinz nicht getroffen. Und naja, du überlegst jetzt auch auf wen schießt du und entscheidest dich für. So, ich guck natürlich jetzt, welcher jetzt in der besten Reichweite ist. Also sprich in der Zweierreichweite, dass ich die noch kriege. Das erste Schild flöten. Genau. Dann gucke ich mit dem Hinteren, ob der noch in Reichweite zwei ist. Drei Würfel. Accuracy Corrector. Oder Fokus. Zwei Schadenspunkte. Ja, aber der Z ist so gut wie nicht dabei drauf zu gehen. So. Dann schießt der dritte im Bunde. Reichweite zwei. Da sieht man wieder den guten Gebrauch von Accuracy Corrector und First Blood. Da geht der erste Z drauf. So weit, so gut ist der Plan erstmal aufgegangen. Der letzte Schuss von dir. Zwei Treffer. Oder? Mhm. Aber Doppelfokus und da bleibe ich nochmal vor Schaden verschont. So, jetzt kommt eine spannende Runde. Genau. So. Für mich ist jetzt die Frage. Xesor. Die Sau. Von links. Und die Z von vorne. Und dadurch, dass ich jetzt mit vier Schiffen relativ mich breit aufstellen kann, habe ich natürlich die Hoffnung, dass Xesor an einem B-Wing kleben bleibt. Und die restlichen B-Wings sozusagen Xesor dann runternehmen können. So, an der Stelle habe ich aber natürlich auch vergessen. Advanced Sensors oder die Fähigkeiten, die tollen Fähigkeiten von den Advanced Sensors, dass ja Xesor jetzt erstmal auch seine Aktion vorher nehmen kann. Also schwenke ich jetzt mit allen stark ein und versuche dann einfach Xesor die Bahn einfach zuzumachen. Du gehst schon sehr aggressiv auf Xesor, ne? Ja. Da ist dann auch ein bisschen so die Gier dabei gewesen zu sagen, okay, der ist jetzt so nah dran. Er ist natürlich auch 40 Punkte wert, ne? Richtig. Also da kann man schon ordentlich Punkte machen, ne? Das muss man natürlich auch zu dem sagen. Auf der anderen Seite ignorierst du natürlich jetzt auch komplett den Mini-Swarm, ne? Und auch Z sind es in der Masse nicht zu unterschätzen an der Stelle. Das ist richtig, auch die zwei Würfel, beziehungsweise da kommen die natürlich auch recht nah in Reichweite 1. Wenn, je nachdem, aber du scheinst es ja auch... Ja, aber halt zwei Würfel gegen einen Verteidigungswürfel ist immer noch gut. Das ist richtig. So, gut, an der Stelle bump ich da noch ein bisschen rein. Was tatsächlich aber nicht schlecht ist, weil dadurch dann Feuerwinkel mehr in Richtung der Zsor ausgeprägt ist. Ja. Ja, ich mache natürlich das klassische, ich gehe mal 1 nach vorne Manöver und gucke mal was der Gegner macht. Ja, finde ich jetzt gut, ne? Und hier, mir fehlt, also ich muss auf jeden Fall ausgleichen, weil aktuell habe ich einen eklatanten Firepower-Nachteil. Und will auf jeden Fall jetzt meine Fähigkeit einfach vor dir zu schießen ausnutzen. Und gehe natürlich statt Fokus auf das wesentlich sichere Target-Log. Nehme da den im Visier. Den vor allem, weil den angeschlagenen kriege ich nicht rein. Nicht so gut. Und ich will möglichst das Feuer fokussieren. Und deswegen entscheide ich mich dafür, mit allen auf ein Ziel zu gehen. Und da bietet sich dieser Beaming eben anfällig. Also für mich war ja natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt auf den Richtung Schwarm fliege. Jetzt versuche ich hier mal einen Moment kurz, Advanced Zensus Boost zu machen. Weil ich hatte schon gedacht, okay, wie geht da mir jetzt dieser vor? Das klappt leider nicht. Aber man hat ja immer einen Ersatzplan parat, nicht wahr? So, und das ist jetzt praktisch ein Manöver, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Weil durch die Barrel-Roll und dann durch das Manöver, durch den Asteroiden, fliege unberechenbar. Und das ist jetzt das, dass dieses Asteroid... Es ist hier so raus. Und alle vier B Wings, ja vielleicht alle, zumindest drei B Wings zeigen auf nichts. Und nicht mal Schaden macht er. Das ist jetzt also natürlich ein ziemlich übler Zug. Und ich versuche natürlich den angeschlagene Beaming rauszunehmen. mache ihnen aber keinen Schaden, weil dieser tankige Schweinehund ausweicht. Gut, aber kurz noch bevor Xizor diesen verruchten Move gemacht hat, wäre die Frage gewesen, wenn ich jetzt mit den B-Wings ein nach vorne geflogen wäre, dann wäre auf jeden Fall mit dem Schwarm zusammengekracht und da wäre halt die Frage, wer könnte auf wen schießen mit welcher Effizienz da an der Stelle und für mich ist immer die Sache gewesen, beziehungsweise bei der Liste, dass ich immer mit so vielen Schiffen wie möglich auf einmal schießen will. Also sage ich jetzt mal, auch ein bisschen andere Taktik, wenn ich einen Tileschram fliege, dass ich sage, ich habe da halt ein paar Schiffe, die auch für den Block gut wären. Das möchte ich eigentlich bei der Liste mehr oder weniger verhindern, weil ich brauche die Feuerpower. Natürlich, an der Stelle übrigens nochmal, jetzt haben wir drei Zs auf den B-Wing geschossen, haben ihn vier Schilde genommen und zwei Hülle, der ist jetzt nur noch bei einem Hitpoint, ja. Rechte, so du schießt und Klaus einem der Zs auch nochmal zwei Schilde. Also vom Schadensoutput habe ich natürlich jetzt mehr genommen, aber dennoch muss man bedenken, immerhin du hast noch wesentlich mehr und jetzt geht es wieder in den weiteren Infight. So, hier war es natürlich auch glücklich, dass Xezo eigentlich mehr oder weniger daneben geschossen hat. Mhm. Er ist ja zwei B-Wings stark angeschlagen, die anderen noch bei jeweils vier Schilden. Wie schaut es bei den Zs aus? Der eine ist quasi ja, hat noch zwei Hülle und die anderen sind unverletzt. Also beziehungsweise Kato und der 44er und Xezo auch noch unverletzt. Klar. Auf den wurde ja leider nicht geschossen. Leider. Leider, leider. Hier nochmal ein letztes abwarten, ein letztes kontrollieren. Es ist ein kritischer Zug natürlich. Es gibt bei Xezo immer die Phasen. Also neben der Zs ist so die, um es mal kurz so ein bisschen zu fachsimpeln, es gibt so den Alpha Strike, beziehungsweise die Early Phase. Es gibt das Late Game und das ist jetzt eine der kritischen Phasen, weil jetzt sind die Manöver extrem wichtig und können eigentlich viel über den Spielverlauf, sag ich mal, aussagen. Ohne dass eine Seite jetzt groß im Vorteil eigentlich wäre, oder ein Nachteil wäre. Jetzt auf die Bewegung kommt es an, was machen die Schiffe. Deswegen ist es schon mal gut, wenn man da ein bisschen überlegt. Denn das könnte jetzt das Ende vom Anfang und umgekehrt sein. Scharfe Eins. Bewegung, die wir beim Beaving eigentlich gar nicht so erwartet natürlich, ne? Das ist ja das Schöne. Bei der Liste mit dem Accursive Corrector kann ich ja Manöver fliegen, wo ich jetzt nicht zwingend auf die Aktion angewiesen bin. So, hier ist natürlich auch die Sache gewesen, warum ich so lange überlegt habe, dass der berühmt- berüchtigte zweier K-Turn so nicht bei den, so wie ich jetzt aufgestellt war, eigentlich nicht funktioniert hätte. Also entweder wäre ich auf dem Asti geflogen oder wäre in mich reingebammt. Also musste ich mir was überlegen, wie komme ich dann halt rum. Und wollte natürlich jetzt, dann habe ich halt gesagt, okay, der eine ist dann sozusagen die Beute und bremst ein paar Zs aus, während die anderen B-Wings dann Boden gut machen können und sich, sage ich jetzt mal, wieder ein bisschen neu positionieren können, zumindest dann halt in der nächsten Runde wieder neu stehen können. So, an der Stelle versuche ich natürlich auch noch zu gucken, okay, kriege ich da noch mehr Blockfaktoren mit rein, gucken, gucken, hoffen. Und der, den zu blocken, hat ja nur ein Point, also vielleicht keine schlechte Entscheidung. Also der quasi jetzt mit dem Stress da steht und auch der da links oben steht, die sind ja die quasi am meisten, also der ohne Fokus, die jetzt die beschädigsten eigentlich sind. Die anderen sind ja noch fast heile. Der Ende schild, mein Gott, das kratzt den Beating ja nicht groß an. So. Ich wusste nicht, ob ich catern soll, weil ich eigentlich Angst hatte, dass der Winkel nicht stimmt und versuche da auch scharf einzudrehen. Ich wollte auch gerne mit Aktion reinkommen, jetzt passt das Manöver natürlich nicht und ich bleib da. Blöds zwischen den Beatings hängen. Aber gut. Trotzdem eigentlich nur eine ordentliche Position. Auch wenn ich natürlich nicht wieder auf die angeschlagenen Beatings schießen kann mit diesem Set. Doch der bleibt hängen. mit Kato hätte ich eigentlich ein 3er K-Term fliegen können, aber ich fliege nicht auf Zs. So, jetzt der gute Baron. Ist eigentlich relativ leicht. Der Prinz. Der Prinz. Der Prinz, ja. Prinz Baron, adelig ist adelig. Meine Jüte. Und ja, auf ihn kann keiner schießen. Deswegen. Ich will jetzt endlich diesen machen wir ja die Sichtlinie mit einem Laser von Laserfuchs. Von Laserfuchs. Kauf den, kauf den. So, Zieler fasst du dich noch nicht weg. Die hat er gerade ausgegeben. Es ist nicht so eine tolle Position, vor allem diese Beatings, die da jedem meiner Schüsse standhalten. Gut, immerhin bist du in der Position, wo du schießen kannst. Ich bin ja so ein bisschen außen vor an der Stelle. Das muss man fairerweise dazu sagen, Robert. Vielen Dank. Gerne, Batman. Die Leute sollen noch nicht wissen, dass ich Batman bin. Die Leute sollen nicht wissen, dass du mit Strumpfhosen durch die Gegend läufst. Ja. Soviel dazu. Jetzt passelt hier ein bisschen Schaden ein. Der eine Beating. Ich will weitere Schilder auch. Aber die sind noch heile. Das ist eigentlich nicht so gut. Ich will ja das Abschießen endlich mal. Ich will Blut. Jetzt kommt natürlich der Gegenschuss. Und die All in Blanks, beziehungsweise Augen. Ein One-Shot. Sehr schön. Ich finde ihn natürlich weniger schön. Aber gut. Wer den Prinz dient, muss für den Prinz sterben. So, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn ich, sag ich jetzt mal, bei dem einen B-Wing schon, sag ich jetzt mal, nur noch auf einer Klappe fliege. Bei zweien, ja. Sieht ziemlich gut aus, weil ich nicht geschafft habe, was rauszunehmen. So, an der Stelle habe ich ja noch alle meine vier B-Wings auf der Matte. So weit, so gut. Der eine hat natürlich nur noch eine Hülle. Der andere ja auch zwei. Der andere hat zwei. Wobei der mit der Hülle natürlich jetzt auch noch seinen Stress hat. Ist aber eigentlich in einer halbwegs guten Position, dass er sich zumindest noch mal ein oder zwei Runden aus der Schlacht raushalten kann. Die anderen drei möchten natürlich wieder schnell zurück ins Getümmel. So, und hier ist halt dieses Klassische bei X-Wing, ich verschätze mich um Mikromillimeter, lande auf dem Asti und der Asteroid sagt, fuck you, Weaving, auf Wiedersehen. Ja, so kann es passieren. Wenn der Prinz schon nicht schafft, dann muss halt ein Asteroid werden. Ja, ich habe die Asteroiden natürlich bezahlt dafür, ne? Wir wissen ja, wie das bei der Mafia läuft. Mal kleine Tasten, die auf den Beaving geschossen haben. So, ja. Der berufte 2-Arcade-Term im Beaving, ne? Endlich durfte ich den dann jetzt auch machen. Ja, wie auch schon recht, Stress interessiert diese Beavings ja nicht viel. Du musst halt, ob es auch, du hast das Ziel im Visier und ab dafür, ne? Na gut, Stress ist in dem Sinne halt immer ein bisschen blöd, weil du ja dann, sag ich gesehen, einen roten Manöver dann nicht mehr fliegen kannst, sondern du musst ja dann halt darauf achten, okay, was kommt denn jetzt in der nächsten Runde? Also da muss man schon mal ein bisschen vorplanen und sagen, okay, wenn ich jetzt schon Stress habe, was mache ich denn dann danach? Das ist korrekt. So, jetzt hier auch ein K-Turn, weil wieder einen Kampf zurück. Hier waren Sensors, schöne Distanzwaren und der Cisor schießt natürlich jetzt auf den Angeschlagenen, der jetzt ganz hinten steht, weil der muss weg. Der ist jetzt schon seit der ersten Runde da am Rumdümpeln und den will er jetzt natürlich kriegen, ne? Also, der hat seit Ewigkeiten nicht geschafft, der ist schon so oft drauf geschossen, der war der Prinz, ja. War das auch der mit den Angriffsraketen? Ja, der hat die Angriffsraketen abbekommen, der hat die Laserschüsse abbekommen, Blaster und jetzt über der Cisor will es beenden und schießt. Wir schauen auf, welche Reichweite es ist. Ja, wie gesagt, da hoffe ich wieder auch auf Reichweite 3. Jeder Würfel zählt. Ja. Und ich mache nur zwei Leerseiten, einen Fokus. Du musst natürlich überlegen, was mache ich jetzt? Aber ich will den Penner natürlich kriegen. Und du würfelst ein, die Weege! Cisor! Ja, das war jetzt natürlich eine sehr, sehr bescheidene Runde. Und jetzt muss Kato natürlich hinterher schießen, weil der muss weg. Also, zack, dann macht das auch. Ja, zwei Treffer. Und da geht er endlich. Jetzt, da waren es nur noch zwei, zwei gegen zwei, beziehungsweise gegen drei. Ja, so schnell kann es gehen. Also, gerade war ich ja noch von Mutes mit vier Schiffen. Ja, da war es nur noch die Hälfte. Ja, wir haben uns den Turning Point, beziehungsweise den berühmten Late Game. Jetzt verliert der eine auch nochmal zwei Schilder, auch immer gut. So, jetzt kommt natürlich der Konterangriff. Setz den Korrektor ein. Ich verdiene nur ein Schild. Alles gut, das ist gut für mich. Dass er leider noch ein Beavinger Frechweiter einschießen kann. Ein Traumbuff, unbewitzelt hier nicht. Und da ist das Ende eines berühmten Helden der schwarzen Sonne in Absicht. Ich ziehe die Karten, drehe die Pilotenkarte um und verabschiede diesen Piloten in ein eisernes und eisiges Grab im All. Ach ja. Ja, zum Glück sieht man mein gehässiges, großes Grinsen jetzt gerade nicht. Ach, dein gehässiges, großes Grinsen. So, so. Ja, GGG. Aber ne, so bin ich jetzt erstmal wieder zufrieden, weil ich dann sozusagen mehr oder weniger die Verhältnisse wiederhergestellt habe. Ja, wir nähern, das ist super ausgeglichen. Also wir nähern uns jetzt vor allem dem Late Game. Wir hatten noch die letzte Schrift, wobei ich sehr froh bin, dass Cesar noch da ist, weil Cesar natürlich mein teuerstes Schiff ist. Du hast jetzt noch 50 Punkte auf dem Feld und ich habe ca. 53 Punkte auf dem Feld. Also wirklich ausgeglichen. Ja. So. Also was ich auch bei dem Spiel, aber auch konsequent ignoriert habe. Die Tatsache, dass du mit Batman spielst. Dass ich da auch Strumpfhosen trage. Nein. Ja. Das an der Stelle, ich von Cesar die Advanced Sensors immer vergesse. Die verbesserten Sensoren, ja. Ja. Die sind, das ist ja, die Starviper kriegt ja einen Sensorslot auch nur über den Virago-Titel. Korrekt. Ja, muss natürlich sein, das ist ja, die Virago ist ja das persönliche Schiff vom Prinzen. Meine Güte. Diese Adelstitel. So, hier fliege ich tatsächlich nur eine sanfte Eins. Erstmal gucken, wo du hin wolltest. Behalte meinen Stress dementsprechend. Tja, da natürlich Advanced Sensors und mein liebstes Manöver, Senior Loop. Wie der gute neue deutsche Meister Federico an dieser Stelle schöne Grüße an ihn sagen würde. Ist ein tolles Manöver. Ja, ich muss sagen, als das Manöver mit der fünften Welle zu uns gekommen ist, war ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so gut ist, weil Reichweite 3, also beziehungsweise der 3er Bank und dann der Loop dazu, doch nicht so weit ist, wie man es eigentlich gerne hätte. Aber in Verbindung mit den Sensoren ist das eigentlich schon ganz nett. Hier, wie gesagt, 3 Schadenspunkte gemacht. Der hat jetzt noch 2 Hülle, dieser gute B-Wing. Natürlich erwähdest du wie immer jedem Schuss deine Panther-B-Wings mit dem eingebauten C3-Pio. So, und da machst du wieder deinen K-Turn, ne? Richtig. Da muss man auch sagen, dass halt bei den B-Wings, die sind halt einfach langsam. Ach, die sind langsam? Die sind verdammt langsam. Und der K-Turn hat das Problem, dass er natürlich sehr, sehr stark vorhersehbar ist, aber natürlich aber auch die einzige Möglichkeit lässt zu sagen, okay, ich will schießen. Weil ich kann nicht abhauen, ich kann nicht mich verkrümeln, ich kann nicht vernünftig aus den Arx raus, sondern ich muss einfach wieder zurück und ich muss einfach schießen. Das ist mal ein Wort. So, der Saison bammt knapp nicht und hat das Blut geleckt. Drei Schaden und kabumm. Beerdigt den nächsten B-Wing. So, mein Z-Licht auch nochmal los und ja, die Z-Wer hat nicht treffen. So, der Herr überlegt, auf wen er schießt. Das sieht man immer an dem Finger, der in der Brust auf und ab tippt. Das ist also auch noch seinen Fokus. So, der Z. Genau. Ja, der sich dann auch direkt verabschiedet. Ich meine, das ist ja auch eigentlich ganz schön, an einem X-Wing-Spiel, dass man an keiner Stelle eigentlich aufgeben soll. Sondern halt, auch wenn man halt das Gefühl hat, oh mein Gott, jetzt ist es eigentlich vorbei. Man immer eigentlich jetzt die Möglichkeit hat, zurückzuschlagen oder beziehungsweise auch zurückzukommen. So, und jetzt haben wir natürlich jetzt wirklich im Late-Late-Game das Eins-Gegen-Eins-Spiel. Ich weiß nicht, der B-Wing hat noch wie viele Health Points? Der hat noch drei Schilde. Drei Schilde. Drei Schilde hat er. Ja, ich mache eine Zielerfassung, weil ich finde ich beschossen. Also, schön Looping gelegt und zack. Jetzt hat er ein bisschen Schaden, denke ich. Ja, andere Schilde gehen runter. Jetzt natürlich die Frage, wie fliegt der Gute, Lukas? Und stellt er sich für einen sanften Bank, der Gute? Eine Fassrolle? So, weil ich ja natürlich an der Stelle hoffe, dass du stehen bleibst, dank der Trinkheitsdämpfer und mir jetzt einen schönen Reichweiter-Einschuss gewähren. Ich habe einen Zielerfassung für letzte Runde noch und ja, da machen wir auch mal. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da kommt ziemlich viel Schaden rein. Wo ich an dieser Stelle nicht weiß, wieso dein B-Wing noch lebt. Ich glaube, du hast da vergessen, deine Sachen runterzunehmen. Das ist ein kleiner Fehler, der uns hier auch sehr leid tut. Dafür bleibt es spannend. Aber auch hier kurz zur Geschichte mit dem Trinkheitsdämpfer. Schaut euch immer die Listen des Gegners an und verinnerlicht sie. Ja, der Trinkheitsdämpfer ist ziemlich cool bei Scum und wie gesagt, ich habe jetzt hier leider vergessen, dass ich ja zwei Stress noch hatte. Aber wie gesagt, der Saison ist noch voll und es ist keine Republikation und ja, zwei Hits und da wird noch evaded. Und wir geben uns die Hand, heute ein Sieg für den Abschaum. Ja, diesmal hat der Abschaum gewonnen. Besser hätte ich das nicht sagen können, Batman. Nichts zu danken. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie wir beim Spielen. In der nächsten Zeit werden weitere Videos von uns folgen. Wir streben eigentlich an, dass wir in so einem 2- bis Monatsrhythmus eine Episode hier raushauen. Dank geht natürlich auch an Bernd, der für die Grafiken zuständig ist. Das gilt an dich, Blendwerk. Lest seinen Blog, der ist super. Genau, den könnt ihr unten in den Notes lesen. Genau, in den Noten-Notes. Okay, das musst du jetzt kommen. Outtakes, juhu. Auf meiner Seite auch, vielen Dank. Auch einen besonderen Dank hier an den guten Hooker, der sich da technisch wesentlich besser auskennt als ich. Und wir hoffen auf weitere coole X-Team-Videos. Wie gesagt, wir wollen retromäßige Sachen machen, wir wollen moderne Sachen machen. Vielleicht spielen wir sogar mal Missionen und zeigen euch und testen mal, was da so abgeht mit Missionen. Und wir melden uns an dieser Stelle, denke ich mal, ab. Ja, über die Mission müssen wir uns noch unterhalten. Aber wir freuen uns natürlich auch auf L7, auf viele Bomben, auf viele Raketen. Und mal gucken, was das alles so bringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.